Ach, ein Glück, heute ist Freitag. Leute, ich bin bei Mo. Aber Homer, es ist 10 Uhr morgen. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Ich hab mal in einem Film gesehen, wie ein Bus mit einer stetigen Geschwindigkeit von über 80 durch die Stadt rasen musste. Und wenn er die Geschwindigkeit nicht halten könnte, würde er explodieren. Ich glaube, der Film hieß... Der Bus, der nicht langsamer werden durfte. Zunächst schließe ich diesen normalen Videorekorder an unser Sicherheitsüberwachungssystem hier an. Dann schiebe ich dieses alte Videoband mit der Endlosschleife, wie wir arbeiten, rein. Ja, ich bin bei Mo.